Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder, Jesse, und ihr wollt das sichere Season-Thema zu Season 22 sehen und die Season-Reise, also welche Aufgaben erfüllt werden sollen, die Belohnungen und die Starter-Sets. Also Belohnungen, Rahmen sowie ein neues Pad, wenn ihr die Season-Reise komplett abschließt. Als Starter-Set werden alle neuen Sets der Klassen genommen, also die, die die letzten drei Season hinzugefügt wurden, gibt es dann für jede Klasse. Das bedeutet also eben Dämonenjäger mit seinem super starken Set, Werbar mit Horde der 90 Wilden, dann der Mage mit dem Hydra-Set, wir haben den Hexendoktor mit dem unaussprechbaren Set, was immer noch mit Abstand sein Bestes ist, was er aktuell zur Verfügung hat. Wir haben den Mönch mit Muster der Gerechtigkeit, wir haben Eges der Tapferkeit beim Kreuzritter und wir haben natürlich Maskerade des brennenden Karnevals beim Totenbeschwörer. Ist jetzt auch relativ gut wichst, den neuen Items, die hinzugefügt wurden. Von den Aufgaben her, wir haben einerseits mal Sprinter, ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, würde ich eher von abraten. Drei legendäre Edelsteine auf 65 zu aufzuwerten, ist überhaupt kein Problem. Boss-Modus ist knackig, kann aber auf jeden Fall solo gemacht werden, also Speed, Demon Hunter, Wirbelwind Barb, auch Mage, ich habe das versucht, das funktioniert alles. Kann man also solo machen, sollte man vielleicht auch machen. Und dann braucht man noch, last but not least, ein drittes Portal U, das wird knackig. Das heißt also, man braucht entweder Stufe 55 für sechs Klassensets aktiv, also das heißt, wir müssen auf jeden Fall zwei Charts in der Season spielen. Sehe ich gerade, also zwei Charts müssen gespielt werden, um das abzugleichen. Oder ihr versucht euer Glück mit Sprinter oder ihr macht einen Mix mit Soft und Hardcore. Ich weiß jetzt nicht, ob das schnell genug geht, hier einen Wechsel zu machen und dann noch einen Hardcore-Chart zu spielen für eine weitere Fähigkeit. Das muss man sich dann einmal in Ruhe anschauen, aber ganz so leicht ist es diesmal mit der Season-Reise nicht. Also es wird auf jeden Fall einen dicken Aufwändiger, als man das vielleicht gewohnt ist. Von den Neuerungen her, das Season-Thema, das zeige ich euch gleich. Ich habe extra ein paar Schreiner gesucht, aber es gibt auch noch ein zweites Season-Thema. Ihr seht es hier links, das ist Kanais-Würfel. Genauer gesagt, es gibt jetzt einen 9-Meter-Slot. Das heißt also, Kanais-Würfel hat vier Slots, neun Seiten, das heißt also, auf dem vierten Slot kann alles angelegt werden. Zu dem, was man hier hat, dann ist das mehr oder weniger alles ausgerüstet. Was nicht geht, ist ein Stacking, also wenn ihr jetzt seht, dass ich jetzt hier die Waffe nehme, zack, verschwindet die vorne. Also es ist nicht möglich zu sagen, jo, ich nehme jetzt zweimal die gleiche Waffe. Also ihr könnt natürlich mehrere Waffen nehmen, aber nicht die gleichen. Das war so wie damals beim alten Season-Thema, da war das Ganze auch nicht möglich. Was mir sehr gut gefällt ist, durch den vierten Slot wird es praktisch auch möglich, hier direkt Prunkring zu aktivieren. Das heißt, man könnte auch Season 16 mit den neuen Sets spielen, indem man hier den Prunkring aktiviert und dann lässt sich das alles wunderbar farmen. So, jetzt machen wir aber nochmal einen Switch zum Season-Thema. Wir haben jetzt ein Schrein angeklickt und ihr merkt schon, hier läuft so ein kleiner Schattengeist mit. Das ist ein Schattenklon. Also es funktioniert ja jetzt mittlerweile so, das Season-Thema, wenn ihr auf einen Schrein oder einen Pilonen klickt, also komplett egal auf was, da steht eine Kopie von euch und die kämpft dann für eine Minute mit euch. Jetzt war natürlich eine wichtige Frage, erstens mal, wie viel Damage macht das? Eskaliert mit eurer Power mit, das heißt also, das macht schon hier auch richtig, richtig viel Schaden und das, obwohl unser Chaya erst eine Stunde alt ist und was natürlich auch noch wichtig war, wie verhält sich das denn, wenn man jetzt zum Beispiel auf einen zweiten Pilonen oder Schrein klickt, weil es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man innerhalb von einer Minute vielleicht noch einen zweiten findet, ja, dann gibt es einfach nochmal einen Schattenklon und dann habt ihr einfach zwei Begleiter. Welche für euch kämpfen? Also es gibt insgesamt drei unterschiedliche Skillungen, die möglich wären, ich weiß jetzt nicht, ob das auf drei Begleiter gecappt ist, ich habe keinen, nicht drei Schreine hintereinander innerhalb von einer Minute gefunden, aber mit zwei läuft das schon mal ganz gut, muss ich sagen. Also es sieht schon mal soweit ganz gut aus. Ja Freunde, hier der Abschluss der Season-Reise, wie gesagt, wird ein bisschen knackiger als wie gewohnt, aber ist dennoch zu schaffen und es sieht schon mal ganz gut aus. Wir reden nicht über Klassenbalance, das kommt dann in einem anderen Video und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.